Sprengkopf die Gerdes mit der Konvention Prozent letztes Gefecht auf den DLC-Maps mit mir Punk und mit meinem epischen Partner Strings Strings Punk Strings Punk das wird der ich glaube das wird richtig eine richtig schwere Map Ja das ist San Francisco Stelle 1 und wir haben schon bei Infiltration erwähnt wie beschissen es ist dass man dieses Licht hier nicht ausschalten kann also gar nicht das man kann das gar nicht ausschalten nicht mehr mit EMP nicht mehr mit EMP das heißt dass der EMP dauerhaft beleuchtet sein wird und wir auch und wir auch genau und der hat schon wirklich viel Schaden genommen ist unglaublich also aber dafür haben wir epische Musik ja und das Gebiet ist ziemlich groß was sonst eigentlich ein Vorteil sein könnte genauso gut auch ein Achtel ja ja klar Achtung, da ist eine direkt bei mir 5 Halt, was? noch 5? eh ist 5? also nur noch, what the fuck aah nein 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 mach mal ohne mich boah die Musik man richtig geil so Horror die fast so so wie so als wäre es eine Jag ja ja so ein bisschen ähm den Chase Fiem aus der Stars genau, genau das ja, hallo ab du feiges Mädchen ja, oh wie soft halt aber ich finde den letzten nicht ich habe ihn schon erst da hinten oh Gott 4 Gegner alle 4 mit Nachkampf du hast voll geraped komm, ich laufe fuck, das wird schlimm guck mich an, wie ich laufe ja, du bist sexy america's night next top top spielen top agent ok das wird richtig schlimm ja ich frage mich wie die letzten Runden sein werden oh das ist ja jetzt blind was wir hier tun ja fuck überleg dich ich kann nirgendwo so gescheit in den Leckern gehen ja Punk, dann nützt es dafür nichts mehr das heißt wir müssen die andere Variante einsetzen wohl Gewalt genau so wie das hier damit John Rambo weiß wer hier eigentlich der Meister ist wo bist du ganz hinten ganz hinten Hilfe beschließen sie gestern ich hab nicht mehr ich hab nicht mehr oooooh hast du geklappt danke ich muss zwar irgendwie mein meinen verlorenen Arm ähm kompensieren aber ja, es hat geklappt super mein Arm ist sogar noch dran ich spiel nur nicht mehr ja gut dann dann einfach mal mitnehmen das ist ja du kannst nicht gewinnen wieder das EMP gerät der Priorität ja dann lass mich in Ruhe Arschloch ja ich wollte ihn tot von oben aber konnte nicht was er fragt ja deswegen bin ich nicht mehr gekommen wenn ich halt glaub ich diese Distanz äh MP für Distanzangreife nehmen müssen ich bin kein Schweinehund was ist das was ist das na what the fuck na what the fuck danke kein Ding einer noch aha hast ihn bestehen wo war er denn jetzt what the fuck ich hasse mich okay würde ich nicht rauskommst ist dein Freund tot okay los schießen sie okay los schießen sie das vibriert so brutal ich glaube wenn mir mal langweilig ist spiel ich Splinter Style und halte den Controller dicht an meinen Beinen dran und dann balle ich mit der Dazer drauf hoch ja hey ein Mann hat auch wünschen sie haben das kann Kontrolle ja das stimmt ein bisschen Stealth bringt hier uns sogar was ja ein bisschen schon eben das Gebiet ist ziemlich groß wir können wir ein bisschen ja das ist 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 das ist gewirkt ja gut von einem Typen in einem Anzug im Anzug im Anzug ja das sind verschiedene Anzüge ich ignoriere jetzt einfach mal gekonnt den EMP und ich rette dich ja ich würde es nicht anderswo da nehme ich ach sei still ja 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 ich bin jetzt nicht im Anzug danke na WTF ich slide auf ihn zu und plötzlich bin ich im Würgelgriff Danke. Was? Fänger sind durch die Mine erhalten? Was? Was ist denn das denn geschafft? Hey, komm mal hierher, wo ich jetzt bin. Warte jetzt mal. Ja, jetzt warte doch mal. Ich hab keine Zeit, jetzt Einzug haben. Episch. Na, die Musik gesetzt, hol dir die netten, als Leiche. Als Leiche. Du meinst so wie ein Michael? Ich geh außen rum. Ich hab was voll episches da hinten entdeckt. So ne Art Lager? Ja, also ich hab grad dort ne ferngezündete Mine erhalten. Wo? Da liegt noch ne... Ja, ich bin grad auf dem Weg. Da dauert ein bisschen. Ah, da. Da liegt ne Splittergranate. Hast du sie erhalten? Ja. Episch, oder? Hast du bis jetzt mal ne Mine eingesetzt? Ne, noch keine. Ich hab jetzt sozusagen mit dem EMP vier Gadgets. Also ich hab ne, ich hab zwei Annäherungsminen und eine, äh, eine ferngezündete jetzt bekommen. Episch. Vielleicht legt ihr noch mehr rum. Ja. Bin grad auf der Suche. Ich seh nix so aus. Ne, glaub ich auch nicht. Aber voll episch. Und so hab ich mal eine Granate wieder. Ja, echt mal. Lizard Hawk 22 und sieh ist online. Once again. Was hast du gesagt? Hey Body. Oh, jetzt sind's die. Die aus dem... Washington Monument. Aus dem Atomkraftwerk. Ja, aus dem Monument halt. Oh, hört doch mal auf! Okay, der ballert hier nur auf den Container. Ich kann die epischen Gänge in den Containern benutzen, um sie voll auszutricksen. Eben. Ich werde dich kalt machen. Ich werde drauf gehen. Hey, es sind nur noch drei. Wo linksen du? Ah, es sind nur noch drei. Okay, warte. Naja, ich hab auch sowieso nichts anderes zu tun. In hinten den. Keine Ahnung, ich kann Sonarboten nicht einsetzen. Einer schießt aber oft den EMP, das weiß ich. Ja, den seh ich. Der ist in diesem Container dran. Also knapp bei mir. Wobei, Hälfte hab ich noch. Da drüben. Weiter schießen. Ich muss nachladen. Hörst du die Kerle. GMP-Verfahren greifen. Hab nicht mehr viel. Das war, das ist die Kunden. Komm gleich. Da der Letzte. Boah, 42 und ich hab 17. Oh, ich hab alle Nachkampfkills, Mann. Ich hab noch keine Ausschaltung. Ich nehm das Kraftmarge auch nie ein bisschen zu ernst. Warum haben sie ihren Plan, Stepptanz zu werden aufgegeben? Äh, ihren Traum. Wegen meinem Vater, das weißt du doch. Ah, das stimmt. Hörrige Story. Oh, fuck. Hinter der, hinter der. Ja, ja, hübs. Ich hab einen ausgeschaltet und er hat mich ge- Raaped. Okay, ich steh auf und töte den einen. Oder auch nicht. Sorry. Kein Ding. So hab ich hier, somit hab ich ihm noch keinen Schussgelb versorgt. Oh, danke. Alles gut. Okay, lass jetzt. Time to rape some ass. Asses. Wollte der dich würgen? Ich weiß nicht genau. Das hat so ausgeschaut. Da auch schon wieder. Wir möchten nicht alle voll würgen. Tja, unser Anzug ist auch frischlich. Der ist so ausgeschaut. Sollte der vielleicht doch ein bisschen die Pistole rauspocken. Wo der Fick bist du, man? Da. Achtung, EMP. Wiffi. Oh, Granate. Oh, ich seh nichts. Oh, fuck. Ich hab nicht gesehen, wie viele Gegner da auf mich warten. Hey, episch. Ich hab, ich hebe so ein Knie nach oben. Fuck, EMP. Sei vor, wenn du noch lebst. Guck dir an, wie episch ich mein Knie hochhebe. Sexy. Alles gut? Archer, alles okay? Mit mir schon. Alles gut. Danke. Oh, wird gelitten. In den Rücken. Okay, so. Welle, wo sind wir? Sechs. Ja, geht doch. Gerettete Teammitglieder, zwölf. Du bist hier voll der Held. Ja, du führst so schön einen Nachkampf erschalten. Ja, stimmt. Getötete Gegner, zwanzig. Nachkampfkills, zwanzig. Stealthkills, acht. Oh, oh. Jetzt kommen diese Typen. Black Arrow. Pass auf, den EMP auf. Ja, ich seh's grad. Ja, komm, jetzt muss ich ausschalten. What the fuck, der ist schon bei 30? Ja, ich seh's. Die werden. Meine Knarre ist leer. Sagt dir der Typ, meine Knarre ist leer? Jetzt muss ich auch so Affen schießen. Oh. Den EMP hat sowas wie gezündet. Ach, scheiße. Shit. Du brauchst dir Hilfe, sofort. Da steht noch einer übrig. Ich bin auch auf. Tut mir leid. Kein Ding. Gut, jetzt kann ich zur Pistole greifen. Feindliche Einheiten im Anmarsch. Sie sollen den EMP-Sprengkopf vernichten. Meine Herren, Sie haben die Erlaubnis, alles, was nötig ist, einzusetzen, um ihn zu beschützen. Hol du dir die... Ah, diesmal die Feindgezünder-Termine. Ne, hol du dir... Nee, ich möchte keine Fernggezünder-Termine haben. Ich schätze, du kannst die besser gebrochen als ich. Toh. Nee, können wir nicht machen. Doch. Jetzt können wir nicht mehr machen. Ah fuck, das hab ich vergessen. Abschloch ausgeschaltet. Boah, warum war das grad so laut? Vorsicht! EMP, mein Kampfer ist offen! Alter, das ist schade. Was war laut? Der ganze Ingame grad voll. Ich hab dein Ingame grad total laut gehört. Okay. Verschweite sich meine Zeit! EMP wird vorausscheiden. Das ist wichtiger! Du musst ihn auch noch mal so hinterherjagen, oder? Ja. Stell vor, der Gegner kommt mal auf die Idee, sich die Gadgets zu packen. Und schmeißt plötzlich ferngezündete Mine. Stell dir was mal... Ja gut, sie... Ja gut, Granaten haben sie. Ja, Brennkranaten. Was war das? Oh, Ficken! Oh, Ficken! Oh, Ficken! Weißt du, was ich liebe? Ungeplante Tod von oben. Du wirst ihn! Ah, beinahe schon ein schlechtes Gewicht. Oh, Ficken! Oh, Ficken! Oh, Ficken! Weißt du, was ich liebe? Komm, wie bad ist, ich laufe. Komm, wie bad ist! Wir laufen! Sagen sie, da wer bleibt. Ja. Komm, wir laufen uns gegenseitig an. Warte mal. Du hast ja deinen alten Anzug. Du hast ja gar... gar nicht Aquila. Oh, stimmt. Scheiße. Ey, Akali hast du nicht. Du hast Aquila an. Das erklärt einiges. Du hast deinen Korbstarrenanzug dabei? Oh Gott, Kestrel. Ja, hey, kann passieren. Hey! Nicht so schlimm, wie... dass du als Sam Fischer oder so rumgewandert bist. Ja. Was war's? Was noch schlimmer ist? Ja, Sam. Ich wollte doch auch mal cool sein. Gut, ich bin auch so cool. Ich bin immerhin Archer. Ah, ja, genau. Oh, von allen Seiten. Third Ekonom. Diese Ärsche. Hey, ich bin doch auf eurer Seite. Kestrel. Ich... Ich brauche Hilfe. Shit. Moment, ich mach ne kurz ne Runde. Ich weiß, dass du da bist, Karate. Willst du dabei zusehen, wie er stirbt? Ich kann uns ziehen. Okay. Was war er von hinter dir? Von überall, Mann. Von überall, Mann. Oh! Mann, die kamen echt von überall. Verreckt mich, verreckt mich. Verrückte das Gerät! Los! Dann hat er gesagt, du hast getan. Du stehst da ziemlich... Ja. ...schlecht, weil... Ich weiß. Ja. 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 F*** von nem Oxifilator, ist immer so. Wir waren unter ganzen Waffen. Ich bin okay. Du bist klar. Du bist klar. Du bist klar. Das Gnarrt muss ich nicht verschließen! Scheiße, Magazin leer! Ich lade nach, gib mir Feierschutz! Oh Frau Ficken, Mann, wo ist er? Derby Uff, das war knapp, Mann Ja, definitiv Mein Herz pocht immer noch So, Welle 8 Noch, noch sind wir im Spiel Ja, aber Welle 8 erst Ja, komm, noch 12 Niemand sagt, das würde ein Die Sonarbrille geht nur nicht durch den Container, das stört mich ein bisschen Ja, das ist ein Problem Alles klar? Ja, ja, nur eine Fleischwunde Ich mag Fleischwunden Sie sind so schön fleischig Der war nicht gut, Mann Der sollte auch nicht gut sein Das ist ja noch schlimmer Was hast du gegen mich? Hier haben wir sie gegen mich, schätze Nachladen, schnell! Warte, fack I need help! Uff Hey, du! Wo ist dein Frag? Na klar Ja, ich bin da Ich muss nur ein bisschen laufen Der fragt, der Der Typ hier fragt nach dir Weg da Du hast nicht die Jeitser Weg da! Boah Ironisch, dass ich ihm gerade die Luft abgedrückt habe Wieso? Ja, weil er nicht gewirkt hat Aha! Und ihm drücke ich die Luft weg Mit dem F4 Ja, ich weiß ja, was er sieht Ja, sind ja auch beide markiert Hohohoho So, alles klar Verdruck, helfen Sie mir! Schön dabei! Archer, können Sie kämpfen? Ja, natürlich kann ich kämpfen Ich bin ja kein Weichei Das wollte ich hören Dass ich kein Weichei bin oder dass ich kämpfen kann? Dass du kämpfen kannst Okay Du hast 20 gegen Oh fuck Ich hab' sie Pasier Oh fuck ich hab' mich nicht mit Mach' alleine Toll, jetzt klingelt's bei uns Ich geh' da irgendjemand anders ran Ich geh' da irgendjemand anders ran Lard Ja, Wallhack Pass auf, dass das nicht schon wieder passiert Nein, das meine ich nicht. Ich habe einen durch die Wand geausschaltet Das passiert auch Tötet sie später! Ich habe gerade richtig hart gelitten Aber das lief doch ganz gut Die Runde? Ja, die war ziemlich schnell Wieder voll im Magazin So, jetzt habe ich keine Knarre in der Hand, warte Rücken an Rücken, Rücken an Rücken, Rücken an Rücken Episch Ich bleibe jetzt so lange stehen bis Oh Nächstes Mal Oh Mann Nachher gibt es ein Eis Ich mag Eis Ich hasse es, wie ich ihm immer hinterherlaufen muss Ja, ich habe Oh shit Oh, du bist gewürgt Ich werde gewürgt Komm raus Sonst sterben wir Kassel Rauche Hilfe Ich komme so schnell ich kann Ich bin los dabei 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 Ich frage mich, wo der zum Teufel dahin zielt Kassel, komm raus Lachen Du hast deine Befehle Ja, das ist nicht mehr Ich bin los dabei Ich bin los dabei Der eine war ja Für kaukasische Zweck..ähm Einsatzziele Deswegen nochmal einen schönen Wadenflash Jetzt, jetzt Brauche ich Hilfe Shit Ich hab ein paar markiert Oh, oh, sie vernichten den Sprengkopf Bist du bei mir? Ich weiß nicht, MP-Granate oder so Ah, ich hab dir Sack getan, ne? Ah, schon, ich hab auch von dem, was gesagt hat Ja, eben es Ja, gut, sogar rasch Ja, tut mir leid Flinden ausschalten Ja Komm, MP nicht unter 60 Äh, 50 Ja, keine Frage Unter 60 wäre auch nicht schlecht Ja, das schaffen wir schon Ja, noch zwei Gegner Oh, episch Das war jetzt richtig geil So muss es sein Hm, jetzt haben wir halt keine Ausschaltung Aber die holen wir uns jetzt so, wie sie Ja, ich Ja, ich Ja, ich Ja, ich Siebte, gerade der Tiefelklick Und noch bei, bei einer drei Gib genau 20 Okay, 25 Gegner Ich wünsche uns beiden viel Glück Schnell, er ist da drüben Oh, what the fuck Okay, keine Ahnung, aber ich bin gerade nach zwei Kugeln draufgegangen Ich bin jetzt ziemlich am Arsch Ne, brauche Hilfe, brauche auch Hilfe Ich glaube, der EMP wird leiden Ja Ich muss mich entscheiden, du Für der EMP Ich habe den Weg Ich brauche Hilfe Fertig Ja, der Kopf war im Weg Ich mach mobilen EMP Oh, alle Lichter sind noch an Irgendwas stimmt da nicht, hm Ja, voll schön Oh Gott, ich hasse dieses Okay, M4 muss ran Ach, der Berater Ja, bin ganz weit Ich habe gerade echt irgendwie Angst, dass es hängen bleibt oder so Ja Weil es lagged oder ist total Es ist ja nichts neues Oh, das ist ja nichts neues Oh, fuck, 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 fuck Ein fette Granate in meinem Arsch Oh, fuck, der EMP Ja, gut, das ist der EMP sowieso gefickt Ja komm, Abzug, wir bestellen die Runde Mit der EMP Ich habe mich halb für mich Ich habe keine Sachen gemacht, wir haben schon schlimmere Zucht gemacht, ich bin ja Oh, fette, fette 3, 7, oh fuck 10, du komm noch 3 Ja Tü, ist nur noch einer Schöne Grüße von Uncle Sam, I am Nestro, ich bin bereit Boah, wie ich jetzt ne Leiche gneckbrackt habe Scheiße Ja so, AAH! Und ich so, ach komm, muss noch einer draus jetzt Komm, mach mal ich habe jetzt beim ersten Mal nicht gefallen okay, werde 12 ja, dem ist eine Welle schaffen wir eventuell oh fuck, jetzt kommen sie zu dritt okay, ich kann schon mal 3 ausschalten durch die wall okay, okay nur noch 18 oh fuck, fuck, fuck stört da die Leerfahrten bereitet sich auf andere wo ist der? scheisse das gehts gut nicht unbedingt dir vielleicht nicht bei mir sind extrem viele aber das ist ja voll der alte Mann der arme Kerl hat voll die Angst in den Augen echt? ja komm raus, sofort ich spreche ihm das Genick ich könnte ihm das nicht glauben es sieht zu nett aus als hätte man ihn gezwungen los, du hilfst uns oder deine Familie getraut ich kann ja auch da schlafen okay ja, arme Kerl musstest du ihn töten ja, ich wollte ihn eigentlich auch nur ungern töten aber hey, Sam Fischer ist ja auch ein alter Mann ja, aber bei ihm würde ich Sklaven werden, wenn er mir sagt, der hätte ich mir das Genick wieso? weil er es sehr gut kann hab ihn gekriegt ah, ich hab er nicht geschlehib hinter dir es ist es wirklich hab ihn das war ja ich hab schon so sehr damit gerechnet ich habe, ganz ehrlich gesagt ich hab, ganz ehrlich gesagt Warte. Schön. Genau auf dieselbe Weise schlagen wir Typen K.O. und auf diese Weise töten wir sie auch. Genial. Wir können echt episch die Kraft regulieren. Ja, das müssen wir können. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Was warst du hier? Aber ich muss zu mir. Nein! Nein! Na, wenigstens sind sie jetzt auf mich gedenkt. Nein! Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Fluriert sie! Verliegt sie das Gerät! Scheitern! Ach, schon weg! Oh! Ey, ich sehe alles doppelt. Auch die Gegner? Ja. Das ist nicht gut. Hä, habe ich den nicht schon mal getötet? Ach, die wiederholen sich nach einer Weile. Ich dachte, es wird keiner mit dem Auto. Ich dachte, es wird keiner mit dem Auto. Ist der MP schon wieder unter 50? Der war schon immer so. Wann, lass die mich ihn auf ihn werfen. Ach so, der war schon tot. Der ist schon seit drei Herren unter 50. Oh, wie episch wir sind. Tja, wenn es 30 werden, dann... Sind wir episch? Ja, wir sind episch! Natürlich! Sind wir spe... sind wir special? Ja, wir sind special. Ja, special! Ich mag, es ist special. Was ist denn nur... nur zwei? Das ist der... Oh, ich bin weg. Oh... F**kt euch! Ach, bei mir habe ich nichts gebracht. Okay, die suchen dich jetzt. Zwei, drei. Fuck, der schießt einen auf mich! Wow, das war scheiss knapp. Alles gut. Okay, M4. Fuck. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Komm schnell zu mir! Okay, los. E-Mail nach dieser Runde. Schleien Sie vorsichtig, Archer! Sie müssen bis zum Ende durchhalten! Ich hasse mein Leben. Hör auf! Komm mal rein! Okay.. Ich hab ihn! Ich hab' auf dir... Ey, das musst du nicht tun. Wo ist der Dritte? Warum versteckst du dich? Es geht sehr schnell! Ah, da ist er! Alles klar? Äh, hallo! Na komm, der Hund ist eh verloren. Ich hab keine MP mehr. Ich hab... Ah, gar nichts mehr. Eben ja. Aber ich bin noch dieser Reif. Wir... 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 Wir sind... So special. Naja, zwei weniger. Ich hab nichts gehört. Komm raus. Oh f... Äh, wir sind so gefickt. Oh shit. Oh danke, das kommt genau rechtzeitig. Kein Deck. So, hab gar nichts mehr. Bitte. Ah doch, hier bin ich schon eine Splittergranate abgeholt. Ja, dann benutze sie. WTF? Oh, danke schön. Echt? War's so gut? Ja, das hat ja jedenfalls gut gekillt, sicherlich. Fuck! MP! Ich kümmere dich zuerst um den MP. Ich kann nicht, kann nicht. Eben nicht, eben nicht. Oh, wer ist der? Zum Glück ist das... das Ding so scheiß nah. Oh, ich mache Hilfe. Komm, bitte. Bleib ja liegen. Was? Oh! Fuck! Ich hätte mich gar nicht sehen können. Oh Gott! Du bist tot! Na egal. Schade. Schon bei Hölle 14. Wir hatten die Runde fast noch geschafft. Ja, fast. Hören Sie mir gut zu. Ich orte feindliche Einheiten, die auf dem Weg... Warum können wir die eigentlich nicht orten? Weil wir keinen UAV haben. Aber ich hätte gerne eine UAV. Ja, dann musst du erst mal drei in einer... einfach in Folge töten. Und es sterben. Jetzt hätten wir das noch nie geschafft. Ja gut, haben wir schon oft, aber sowas. SIE! Was heißt UAV? Du willst sowas und weißt nicht, was es ist? Naja, es ortes Gegner, von daher... will ich es ja. Es ist so, ohne Drohne. Aha! UAV. Aber, ja, ich wollte eher eine Bedeutung wissen. Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Okay, schade. UAV. Hey, ich weiß nicht. Ich muss das kurz überlegen. Aber warte, fuck. Ich bin in die Fall angekalt. Ich dachte schon wieder, weil einer zum EMP gelaufen ist. Ich dachte, ich habe eine Sprengladung platziert. Oh Gott, zu oft Batterie gezockt. Ich bin jetzt etwas in Gefahr. Warte durch. Ich komme gleich. Krachen Sie schon! Du bist der Lady! Du bist am Sieger! Na, fang ich ab mich ab. Ich will es ja scheißen. Tun Sie! Ich glaube, das war mehr oder... Alles klar? Wenig... Also von wegen, aus den Augen verloren, sofort Blendgranate und dann aufs Ziel zustürmen. Zu blöd, dass ich mit Splittersers zu tun habe. Shit! Ja gut, kaum blindgranate. Ja, ich habe nicht gehört, was das war. Fuck, fuck. Ich überlebe das vielleicht nicht. Nicht mit viele Gegner. Die Fläche sind wichtig. Hefs wie military unicorns ganz Bone, da Menatineveralm den Wo das nur Wannen ist für Fahrst��니다? Okay, noch einer. Auf, neHHHH! Weils! Ja, ich habe ihn gequedert. War das endlich ex Piganka? Ja. War da aber unnötig. Ach, ich bekomme ja gleich einen Diáticas im Nachkampfgupf. Okay... Hähô, So, ich werd jetzt schön gechillt auf meine Position laufen. Hast du noch eine MP? Ich hab noch alles. Weil ich hab nämlich keinen mehr. Dann sag einfach, wenn du einen brauchst. Ich liebe dich, Cashman. Ich tue. So, drei weniger. Wie die wieder ballern. Wie irgendwelche schießfütigen Amis. Also ich mach grad meinem Namen alle Ehre. Das hör ich doch. Shit, ich werd gleich warten. Ich auch. Nein, 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 ich hab's überlebt. Aber ganz, ganz knapp. Da war aber nix so leicht. Ein Schuss. Einer hat mich noch ganz kurz entdeckt. Eigentlich wär ich jetzt aufgehauen. Warst du auch? Scheiße. Fuck. Mann, scheiße. Was ist denn? Entspann dich doch. Ja. Scheiße. Warum hast du auch nicht Akali? Das hat doch gar nicht damit zu tun. Ich mag deinen Flauschenkampf und so. Ja, ist der überhaupt gepanzert oder so? Ja, natürlich ist er gepanzert. Okay. Ganz ruhig, kommst ruhig. Ich brauch ein Eis. Wie kommst du? In der Nähe ist ein netter, süßer Eisladen. Nein, nur ein Hotdog-Stand. Nein, auf der anderen Seite meine ich. Nee, der Hotdog-Stand war ja bei der Säge-Mühle. Wer hat das gebeten? Okay. Daher kann er aussehen. Wer kann... W-wer wissen die überhaupt von mir? Jemand schießt auf mich. Was? Au. Was für ein Riesenarsch. Da wollte ich schon wieder wirken. Vielleicht haben sie doch gefallen an deinen Kopfanzug gefangen. Genau. Was tun die denn? Ich will mich schießen. Das tut. Er hat voll geslidet und hat während dem Sliden geschossen. Was für ein Pro. MP 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 MP. Nein, das ist zu weit weg jetzt für MP. Okay, komm, jetzt müssen wir reingehen und ein paar Asses rapen. Ich wundere es, dass der MP sie langsam runtergeht. Ja, die können ja nicht mal zehn interlatschen. Gut gemacht. Toll. Dafür können sie wirken. Achso, hast du ein Mobil MP? Ja, klar. Dummeweise sehnt der mich ja. Zum Glück hat er mir nur eine verpasst und mich nicht getötet. Ja, hab's gehört. Achtung, die wollen den EMP-Springkopf verhindern sie ihre Bestätigung. Melle 16, irgendwie bleiben wir da immer stecken. Ja. Wahrscheinlich fehlt uns da ein bisschen so die Geduld dann noch eine Weile. Das sind einfach viele. Ja gut, aber hinterher geht's da dann. Ja, wenn die ja auch nicht immer gleich angreifen. Ja, stimmt. Ah, ich weiß es auch nicht. What the fuck? What the fuck? Pascal, ich lege gleich los. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Oh Gott, der Star hat den Klauen! Geh'n dir spazieren, Kumpel. Wie ist sie durch? Mir schon. Ja, ich hab'n Freund. Der, der federt alles ab. Was eigentlich ne ziemlich gute Idee ist hier, für mich. Was? Sich ne, ne Schild anzueignen. Aha. Warum sind die Jungs schon ge- OOAH! Haben sie ne Punisher oder warum können sie durch den Durchschießen? Na, was, die hat sie nicht? Ja. OOAH! Ich kann echt nicht zielen, Mann. Guck dir, guck dir das, hör dir das Geball an und guck dir den EMP an. Ist doch gut für uns. Ja, eben. Achtung. Ja, Punk. Ja, Moment. Ich bin ja hier so ein Schein. Es ist ungewohnt, die Augen zu sehen. Kastor. Ja, stimmt. Dabei haben sie so schöne Augen. Okay, das reicht. Okay. Oh Gott. Einer noch. Und? Hast du, hast du? Ich warte, dass du ihn geholtst. Wo is der denn? Ich weiß, wozu hast du ne Bild aufm Kopf? Ja, super, das bringt auch was durch die Container. Du hörst ja, dass er schiebt. dass er schießt, also muss er irgendwo in Sichtweite sein. Ja, jetzt schon. Wir sind so fies. Wieso? Warum töten wir die ganzen Leute, man? Ja, weil die uns töten möchten. Nein, sie wollen ja eigentlich nur diesen blöden MP. Ja, aber der gehört uns. Kapitalismus für den Arsch. Ja, hab ich sowieso schon. Boah, wie schießwütig! Mach's frei. Keine Ahnung. Ich hab natürlich Angst dort zu stehen, wenn gerade da sein Freund verreckt ist. Das muss ihm ja nicht passieren. Das muss ihm ja nicht passieren. Na ja, wir sind gut dabei. 3,90. Ist da MP und wir haben uns gegeben. 8? äh 8 meine ich doch 6 ich hoffe dem Wasser zu bleiben ist ja ziemlich gute Idee fällt mir aber leider habe ich hier keine Gegner 3, ich hab noch 3, müssen die nur sein kein Ziel nein ich seh, ich seh 2 und dann holen sie dir echt schnell gemütlich auf meinen kleinen Traktor ok Welle 18 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 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 6 6 5 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 6 5 6 5 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 6 6 6 5 5 5 6 6 7 5 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 6 6 6 5 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 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 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 6 5 5 5 5 6 6 6 6 7 5 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 6 6 6 7 7 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 5 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 6 6 6 6 7 7 8 9 5 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 6 5 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 6 6 6 7 5 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 6 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 5 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 6 6 7 8 5 5 5 5 5 5 6